Johannes Borgner wird um das Jahr 1787 herum bei Romstal in Bad Sodensalmünster geboren. Er hat zwei Brüder, Michael und Johann Heinrich, außerdem drei Schwestern, seine Zwillingsschwester Elisabeth sowie Anne-Marie und Barbara. Seine Eltern, Wilhelm und Elisabetta, beschließen, mit der gesamten Familie nach Polen auszuwandern. Doch bereits nach kurzer Zeit geht ihnen das Geld aus und sie beginnen, im Raum des Vogelsberges zu betteln. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im Jahr 1800, Johannes ist 13 Jahre alt, verstirbt sein Vater in der Nähe von Schotten. Sein Leichnam wird ans anatomische Theater in Gießen gespendet, wo er von Studenten seziert wurde. Somit kann die Familie die teure Beerdigung umgehen, für die sie auf keinen Fall das Geld hätte aufbringen können. Johannes wird Korbmacher und er ist in der ganzen Wetterau unterwegs, um seine Waren anzubieten. Einen festen Wohnsitz hat er nie. Schließlich kommt er mit einer Frau namens Christine Groß aus der Wetterau zusammen, die bereits einen Sohn hat und von Johannes eine Tochter bekommt. Die Bevölkerung in Oberhessen ist damals, Ende des 18. Jahrhunderts, extrem verarmt. Im Jahr 1801 wird Johannes gemeinsam mit seiner Mutter für einige Wochen in Gießen in Haft genommen. Ihnen wird Landstreicherei vorgeworfen. Schließlich werden sie des Landes verwiesen. Dies bedeutet zur damaligen Zeit, dass sie den Raum Gießen verlassen müssen, denn Deutschland war in unzählige kleinere Staaten unterteilt. Dies verschafft Kriminellen einen entscheidenden Vorteil, denn die Wege, die sie zurücklegen müssen, um einer Verhaftung zu entgehen, sind kurz. In benachbarten Ländern ist man bereits vor einer Verhaftung sicher. Nach dem Sieg von Napoleon über die Preußen verschlimmert sich die Situation weiter. Die Zahl der Obdachlosen geht in die Hunderttausende. Die Lebensmittel sind knapp und dies führt dazu, dass sich außerordentlich viele Räuberbanden zusammenfinden, die sich schnell ausbreiten. Johannes' Bruder Michael, der zehn Jahre älter ist als er, ist bereits in Diebstähle verwickelt, als Johannes noch ein Kind ist, doch bereits zu dieser Zeit nimmt Michael ihn gelegentlich mit. Sie tun sich mit weiteren Dieben zusammen. Auch Michael ist Korbmacher und obwohl er verheiratet ist und seine Frau Marie-Margarete Reinhardt zwei Kinder mit ihm hat, bleibt auch er ohne festen Wohnsitz und zieht im Land umher. Während Michael schließlich als der Anführer der Vogelsberger Bande gilt, wird sein Bruder Johannes eher der Wetterauer Bande zugeordnet, deren Anführer der 62-jährige Jakob Heinrich Vielmetterer ist, der aus Obernhain bei Ousingen kommt. Jakob Heinrich Vielmetterer war lange beim Militär. Dass Johannes Borgener zur Wetterauer Bande gehört, liegt daran, dass seine Partnerin Christine Groß die Nichte von Jakob Heinrich Vielmetterer ist. Ihre Schwester ist außerdem mit Konrad Werner zusammen, der ebenfalls ein Mitglied der Wetterauer Bande ist. Johannes hat sich nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt in Gießen im Jahr 1808 erstmal in den Raum Hanau begeben, wo die Vielmetterers bereits viele Kontakte zu weiteren Kriminellen haben. Während die Vogelsberger Bande 28 Mitglieder hatte, die ihr sicher zugeordnet werden können, umfasst die Wetterauer Bande etwa 20 Personen, die namentlich bekannt sind. Tatsächlich haben sich an den unzähligen Einbrüchen, Diebstählen und Überfällen mehrere hundert verschiedene Personen beteiligt, die 28 bzw. 20 Mitglieder bezeichnen nur den Kern bzw. die Haupttäter der Banden. Johannes Borgener schreckt nicht davor zurück, auch Kinder zu überfallen, wie zum Beispiel im Jahr 1809 im Raum Hanau, wo er mehrere Kinder wegen ein paar Stücken Brot mit einem Messer bedroht. In diesem Fall wird er erwischt und muss 20 Wochen im Zuchthaus verbringen. Auch der 29-jährige Konrad Anschum, der aus Rothheim in Hungen stammt, schließt sich der Wetterauer Bande an. Er hat bereits seine Lehre als Zimmermann abgebrochen und anschließend als Hirte gearbeitet. Konrad hatte sein Elternhaus verlassen, nachdem sein Vater im Jahr 1807 angezeigt worden ist, da er regelmäßig mit seiner ältesten Tochter, also Konrads Schwester, intim war. Konrad selbst führt eine Affäre mit Katharina Margareta Neumann aus Freienseen bei Laubach. Die Banden begehen Überfälle auf der Straße, aber auch Einbrüche bei Privatpersonen und zum Teil auch in Kirchen. Konrad Anschum versucht noch im gleichen Jahr, gemeinsam mit dem 22 Jahre alten Johann Justus Dietz, dem 26-jährigen Ludwig Funk und mit weiteren Männern, einen Braukessel in Oberwiddersheim zu stehlen. Doch der Versuch scheitert. Die Männer müssen eine dicke Mauer durchbrechen, was ihnen nicht gelingt, und darüber hinaus wird dann plötzlich ein Wachhund auf sie aufmerksam. Sie müssen die Sache abbrechen und flüchten. Im Juni 1809 ist Konrad Anschum erfolgreicher, als er mit zehn Komplizen, darunter Ludwig Funk und Johann Justus Dietz, einen Straßenraub bei Rechtenbach durchführt. Sie überfallen dort die Brüder Philipp und Ludwig Eisenhardt, die beide Tuchmacher sind. Ludwig Eisenhardt hat seinen Sohn Johann dabei. Alle der Männer kommen gerade vom Markt in Wetzlar, wo sie ihre Waren angeboten haben, und sie befinden sich auf dem Heimweg nach Niederklähen. Sie haben natürlich zahlreiche Waren von hohem Wert dabei, die sie nicht verkauft haben, sowie ihre gesamten Tageseinnahmen von mehreren hundert Gulden. Keiner von ihnen ahnt, dass sie bereits seit einer ganzen Weile beobachtet werden. Zwei Mitglieder der Räuberbande haben bereits ihre Tätigkeit auf dem Markt in Wetzlar beobachtet, gesehen, dass sie gut verkauft haben und eine Menge Geld eingenommen haben und haben den anderen Bandenmitgliedern Bescheid gegeben. Das heißt, sie lauern den Eisenharz nun ganz gezielt im Wald vor Rechtenbach auf und sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Neben einigen Schusswaffen haben sie Prügel und Ruten dabei und sie haben auch bereits Knebel angefertigt. Der Schneider Adam Dallinger, der in Großrechtenbach wohnt, hat sich nur kurz vor dem Überfall gemeinsam mit seinem 14 Jahre alten Sohn und seiner Frau von den Eisenharz getrennt, um ihren Heimweg einzuschlagen. So entgeht seine Familie knapp dem Überfall. Währenddessen führt Ludwig Eisenhardt den Karren, während sein Bruder Philipp und sein Sohn Johann hinter dem Karren herlaufen. Plötzlich wird Ludwig Eisenhardt mit einem Karabinergewehr bedroht, niedergeschlagen, in den Wald geschleift und an Händen und Füßen gefesselt. Er bettelt um sein Leben und versucht, die Räuber zu überzeugen, ihn gehen zu lassen, doch die Situation eskaliert und einer der Täter schießt mit dem Karabiner auf ihn. Es löst sich jedoch kein Schuss. Auch Philipp wurde inzwischen überwältigt und mehrfach mit einem Prügel auf den Kopf geschlagen. Ludwigs Sohn Johann ist zum Beginn des Überfalls blitzschnell in ein Kornfeld gesprungen, doch zwei der Räuber haben sich direkt hinterher gestürzt und ihn ebenfalls gefangen genommen. Philipp versucht, sich gegen die Räuberbande zu verteidigen, da er verhindern möchte, dass sein ganzes Geld gestohlen wird, doch er wird immer wieder mit dem Prügel geschlagen und erheblich am Kopf verletzt. Nachdem die Räuber ihr gesamtes Geld und ihre Waren an sich genommen haben, geht einer von ihnen, genannt der dicke Han Adam, zu Philipp und verbindet seine schweren Kopfverletzungen, was ihm vermutlich das Leben rettet. Dennoch hat er die schwersten Verletzungen davon getragen. Neben den Kopf funden, hat er einen gebrochenen Oberarm und ein völlig zerstörtes Schulterblatt. Anschließend flüchten die Räuber in ihren Unterschlupf bei Münzenberg und teilen ihre Beute. Sie haben Waren im Wert von 2500 Gulden gestohlen. Doch ihr Hehler, ein Mann aus Münzenberg, der vermutlich die konkrete Idee hatte, im Wald von Rechtenbach Heimkehrenden vom Markt aufzulauern und dem sie nun die gestohlene Ware aushändigen müssen, gibt ihnen lediglich 143 Gulden. Johann Eisenhardt schafft es schließlich, sich von seinen Fußfesseln zu befreien. Sein Vater und sein Onkel befinden sich ein Stück entfernt im Wald und Johann ist überzeugt, dass beide von ihnen von den Räubern ermordet wurden. Er läuft mit noch auf seinem Rücken gefesselten Händen los in Richtung Rechtenbach. Unterwegs befreit ihn ein Schäfer von seinen Handfesseln. Wenig später kommt auch Johanns Vater Ludwig aus dem Wald, der sich ebenfalls zum Teil von seinen Fesseln befreien konnte. Als Johann mit weiteren Männern zum Ort des Geschehens zurückkehrt, finden sie zunächst den Pferdekarren, der völlig zerstört wurde. Das Pferd befindet sich noch vor Ort und auch sein verletzter Onkel Philipp befindet sich noch im Wald. Obwohl die Mitglieder der Räuberbande eigentlich in erster Linie mit ihren kriminellen Geschäften begonnen hatten, da sie selbst völlig mittellos waren, schrecken sie nicht davor zurück, ihren Opfern erhebliche Gewalt anzutun, um zum Ziel zu kommen. Vor allem, wenn diese versuchen, sich zu wehren. Johann Justus Dietz, der ebenfalls an dieser und den meisten der anderen genannten Taten beteiligt war, wurde in Asla geboren. Zwei seiner Geschwister sind verstorben, als sein Vater das Haus seiner Mutter angezündet hatte. Obwohl er gelegentlich mit verschiedenen Waren handelt, schlägt er sich meist mit Betteleien durch und ist dadurch bereits früh in die Kreise von Kriminellen und schließlich der Räuberbanden gekommen. Auch als Lumpensammler ist er gelegentlich unterwegs, doch beide seiner Tätigkeiten, also Händler und Lumpensammler, nutzt er aus, um die Dörfer zwischen Gambach und Gießen nach Gelegenheiten für Einbrüche auszukundschaften. Aus diesem Grund haben viele der Diebe in dieser Zeit Tätigkeiten als Tür-zu-Tür-Verkäufer oder als Lumpensammler ausgeführt. Obwohl sie nur einen geringen Anteil des Wertes der gestohlenen Ware erhalten haben, sind die Täter, die bei dem Straßenraub bei Rechtenbach beteiligt waren, danach völlig euphorisch. Sie wollen einen noch umfangreicheren Überfall begehen. Konrad Anschuh, die Brüder Werner, Ludwig Funk und eine ganze Menge anderer Bandenmitglieder, zum Beispiel der Heidenpeter und der sogenannte Schwarze Jungen, wollen nun Händler, die vom Hettersroter Markt zurückkehren, in der Nähe von Gelnhausen überfallen. Doch der ganze Plan misslingt. Alle von ihnen laufen schwer bewaffnet einer Landmiliz über den Weg und werden festgenommen. Die meisten von ihnen kommen mit einer Abschiebung aus dem Land davon und erhalten zuvor eine Trachtprügel als Strafe. Wenig später erbeutet Konrad Anschuh gemeinsam mit weiteren Männern 700 Gulden, mehrere Uhren und silberne Schuhschnallen, als sie in Ziegenhain im Westerwald einen Einbruch begehen. Im gleichen Jahr verübt Konrad Anschuh noch zahlreiche Einbrüche in Werkstätten und Privathaushalten und stiehlt mehrfach Kessel, Zinngefäße, Bargeld und Kleidung. Dann wird er für einige Zeit gemeinsam mit seiner Freundin Katharina Margareta Neumann ins Zuchthaus gesperrt, doch da man ihm zu dieser Zeit nichts eindeutig nachweisen kann, werden sie wieder freigelassen. Im Jahr 1810 stiehlt Johannes Borgner gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern der Bande ein eisernes Brunnengitter in Ostheim. Dieses können sie für 20 Gulden verkaufen. Auch Konrad Anschuh ist weiter aktiv. Am 8. Januar 1811 erscheint er in einem Privathaushalt in Niedererlenbach bei Frankfurt. Er nennt den Namen Konrad Haas und bittet die Hausfrau, sich kurz bei ihr aufwärmen zu dürfen, doch sie sagt, dass sie keine Zeit hätte, da sie gleich etwas erledigen muss. Sie geht allerdings nicht in die Stadt, sondern erscheint kurz darauf draußen, um etwas Holz zu zerkleinern. Konrad bietet ihr Hilfe an, was die Frau annimmt, anschließend lässt sie ihn dann doch in ihr Haus, wo sie ihm etwas zu essen und ein wenig Kleingeld gibt. So hat Konrad die Gelegenheit, das Haus auszukundschaften und sich auf den geplanten Einbruch dort vorzubereiten. In der Nacht bricht er mit einer Axt durch die Wand des Stalles ins Haus ein. Er stieft dort eine Uhr, Kleidung und Sohlleder. Er behauptet später, das ganze Diebesgut einem Mann aus Friedberg verkauft zu haben, doch dieser Mann kann nie ausfindig gemacht werden. Am 9. April 1811 ist Johannes Borgener im Büdinger Wald an einem Raubüberfall beteiligt. Gemeinsam mit mehreren weiteren Männern überfällt er das Ehepaar Bellen und den Butterhändlern Nagel. Alle der Opfer werden von den Räubern verschiedenen Grausamkeiten ausgesetzt, bevor sie schließlich lebend zurückgelassen werden. Johannes Borgener und seine Kumpane erbeuten 126 Gulden. Nur eine Woche später, am 17. April 1811, überfällt Johannes gemeinsam mit zwei weiteren Mitgliedern der Familie Werner drei Männer in der Nähe von Heinichen. Hayum Strauß, Solomon Meier-Katz und Johann Peter Altvater. Johann Peter Altvater gelingt die Flucht, nachdem er seinen Tragekorb, in dem sich sein Korn befindet, zurücklässt. Hayum Strauß und Solomon Meier-Katz werden, wie nach den Methoden der Räuber üblich, gequält, doch sie haben kaum etwas von Wert dabei und der Überfall hat sich für die Täter nicht gelohnt. Doch auf dem Rückweg fällt Johannes und den Werners eine Frau auf. Die schwangere Frau ist auf dem Weg, um Butter zu verkaufen, als die Diebesbande über sie herfällt. Neben den Schuhen der Frau erbeuten sie einen Kessel sowie 40 Pfund Butter. Dann zwingt Johannes die Frau zu intimen Handlungen. Wenig später überfallen Johannes und die Brüder Werner erneut drei Butterhändler, Friedrich Gräuling, Konrad Liebegott und Augustin Koch, und zwar im Wald bei Heckenbergheim. Während Konrad Liebegott die Flucht gelingt, werden Friedrich Gräuling und Augustin Koch schwer verprügelt. Dabei wird Augustins Koch schädelzertrümmert. Er verstirbt wenige Stunden nach dem Angriff. Auch Friedrich Gräuling trägt eine sehr schwere Kopfverletzung davon, doch er überlebt. Was zunächst überrascht ist, dass der ermordete Augustin Koch noch eine ganze Menge Bargeld in seiner Rocktasche hat. Doch es wird davon ausgegangen, dass die Räuber dieses tatsächlich übersehen haben. Neben dem Geld von Friedrich Gräuling stiehlt Johannes wieder Kleidung und Schuhe seiner Opfer. Ebenfalls noch im April 1811 überfällt Johannes Borgenheim einen weiteren Butterhändler, dieses Mal bei Heckenheim. Johannes ist alleine unterwegs, als ein Hirte ihm einen Tipp gibt. In Kürze würde ein Butterhändler auf dem Weg nach Heckenheim vorbeikommen und er wüsste, dass er eine größere Summe Geld dabei hat, die er als Kurier ausliefern soll. Da der Hirte den Händler persönlich kennt, lehnt er es ab, sich an der Tat zu beteiligen. So kommt es dazu, dass Johannes den falschen Mann überfällt. Er ist zwar ebenfalls ein Butterhändler, doch er ist kein Geldkurier und hat nur ein wenig Bargeld dabei, das Johannes erbeutet. Der Mann kommt verletzt, aber lebend davon. Im R1810 werden eine Menge der Mitglieder der beiden Banden in Burggemünden als Räuber belastet, darunter Johannes Borgenheim, Konrad Anschuh, Ludwig Funk, Johann Justus Dietz und viele weitere. Während unter anderem Konrad Anschuh bereits Anfang 1811 festgenommen wird und sich auch Ludwig Funk schon in Haft befindet, werden Johannes Borgenheim und weitere erst am 1. September 1811 in Haft genommen. Sie werden in Gießen inhaftiert. Nun findet eine gründliche Untersuchung aller ihrer Taten statt, die auf ihr Konto gehen. Im R1812 wird in Bellersheim in Hung auch Johann Justus Dietz erwischt. Er versucht zu behaupten, ein anderer Johann Justus Dietz zu sein als der Gesuchte, doch schließlich gibt er nach und gesteht, in die Raubzüge verwickelt gewesen zu sein. Insgesamt haben die Männer der beiden Banden 80 Raubüberfälle, 241 Diebstähle und 245 Einbrüche begangen und dabei mindestens 13 Personen ermordet. Unzählige weitere Opfer haben teils schwere Verletzungen durch die Täter davongetragen. Als Johannes Borgener verhaftet wird, sagt er, dass er mit Friedrich Greulink, einem der drei Butterhändler, die er gemeinsam mit den Werners im April 1811 überfallen hatte, bereits zuvor einen Konflikt hatte und dass dieser ihn beleidigt hätte. Sein eigentlicher Plan sei es lediglich gewesen, ihn und seine Begleiter zu verprügeln. Einen Mord hätte er keinesfalls geplant und auch keinen Raub, was man ja daran erkennen könne, dass der bei der Tat verstorbene Augustin Koch sein Geld noch in seiner Rocktasche hatte. Darüber hinaus behauptet Johannes Borgener, dass Konrad Werner der Einzige gewesen sei, der Augustin Koch geschlagen hätte. Insofern hätte er die alleinige Schuld dafür. Doch beide der Werners und auch Christine Groß, Johannes' eigene Partnerin, bezichtigen ihn, die Tat veranlasst zu haben und zwar nicht, da er die Männer verprügeln wollte, sondern vor allem, da er dringend Schuhe brauchte und wie meistens kein Geld hatte. Johannes Borgener hatte in einer früheren Aussage bereits zugegeben, dass er den gleichen Butterhändlern bereits zwei Wochen zuvor aufgelauert hatte, um sie zu bestiehlen. Die Werners sagen aus, dass sie Zweifel daran hatten, ob es eine gute Idee sei, nur zu dritt gleich drei Männer zu überfallen. Doch Borgeners Freundin Christine hätte sie überzeugt. Insofern geht man weiter davon aus, dass das ganze Bargeld in Augustus' Tasche tatsächlich übersehen wurde, denn die drei Täter hatten nicht viel Zeit, da einer der Butterhändler, Konrad Liebegott, ja direkt entkommen konnte und sie damit rechnen mussten, dass er weitere Personen alarmiert. Ludwig Funk gesteht, insgesamt in 18 Taten beteiligt gewesen zu sein. Anhand von Zeugenaussagen haben die Behörden den Hinweis, dass Ludwig üblicherweise eine Schusswaffe bei sich geführt hat, wenn er Überfälle begangen hat. Das Mitführen einer tödlichen Waffe und das Drohen damit gilt bereits als schwerwiegendes Vergehen. Konrad Anschuh ist einer der Letzten, der seine Beteiligung an den Taten gesteht. Obwohl viele erst nach ihm festgenommen wurden, räumt Konrad seine Tatbeteiligung erst ein, als er mitgeteilt bekommt, dass fast alle anderen der Festgenommenen längst gestanden hätten. Die Strafen der einzelnen Bandenmitglieder fallen sehr unterschiedlich aus, natürlich auch begründet durch ihre Beteiligung oder Nichtbeteiligung an den verschiedenen Taten. Am 24. März 1813 werden Konrad Anschuh, Johannes Borgener, Johann Justus Dietz, Ludwig Funk sowie viele weitere Bandenmitglieder zum Tod verurteilt. Das Urteil wird in Gießen vollstreckt. Konrad und Johannes Werner erhalten ebenfalls die Todesstrafe, doch Johannes verstirbt vor der Vollstreckung im Gefängnis. Jakob Heinrich Vielmettrahm, der Anführer der Wetterauer Bande, der an 60 Taten beteiligt war, kommt mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe davon. Sein eigener Sohn Johannes, ebenfalls Bandenmitglied, verstirbt am 22. Februar 1812 im Zuchthaus, kurz bevor die Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen sind. Johannes Borgeners eigener Bruder Michael, Mitglied der Vogelsberger Bande, erhält eine Haftstrafe von 20 Jahren. Vielen anderen der Bandenmitglieder gelingt die Flucht vor den Behörden und sie werden nie gefasst. Nach der Vollstreckung der zahlreichen Todesstrafen nimmt das Treiben der Räuberbanden im Wetteraukreis stark ab. Allerdings haben sie zu diesem Zeitpunkt bereits über ein Jahrzehnt lang die Gegend in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin natürlich wie immer auf eure Kommentare gespannt, schreibt mir gerne alles, was euch zu dem Fall einfällt. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos vielleicht vorgeschlagen. Falls das nicht so sein sollte, schaut gerne mal öfter auf meinem Kanal vorbei, ich lade mindestens zwei Videos pro Woche hoch. Falls ihr noch einen extra Kriminalfall im Monat sehen wollt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei, oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Schauen. Bis gleich.